Hallo! Wenn man jemanden nach verschiedenen Tierarten fragt, dann werden meist Wirbeltiere aufgezählt. Rehe, Hasen, Füchse, Katzen, Elefanten, Frösche und und und. Sie alle besitzen ein Skelett und eine Wirbelsäule. Obwohl man bei Tierarten zuerst meist an Wirbeltiere denkt, machen sie nur 5% aller Tierarten aus. Welche Tiere sind dann die übrigen 95%? Es sind die Wirbellosen. In diesem Video wollen wir uns einige Stämme der Wirbellosen näher ansehen. Du wirst merken, dass du eine ganze Reihe von Wirbellosen-Tieren kennst. Über eine Million Tierarten, das sind 95% aller Tierarten auf der Welt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Don't come.